Ich wollte noch einiges machen, aber die Sachen sind in meine Kutsche. Na gut, jetzt bin ich halt gezwungen, mal nichts zu tun. Was ist auch okay. Was machen Sie denn sonst noch so, außer Ihre Farmen bewirtschaften? Na gut, die Brauerei, da habe ich jetzt vorher ein bisschen gearbeitet, da habe ich gestern noch eine Großbestellung gekriegt. Aber sonst, wenn ich da keine Aufträge habe, dann ist es ruhig, dann mache ich allerlei, was ich nicht machen darf, aber egal. Was machen Sie denn das für Sachen, wenn ich mal so dreist fragen darf? Naja, ich bin gerade damit überlegen, ob ich noch die Friedhof hoch soll, ein bisschen für alle Beten gehen. Sie verstehen, was ich meine. Ja, da findet man manchmal tolle Sachen beim Beten, ja. Ja, die toten Menschen sind sehr dankbar, ne? Ach, eigentlich müsste ich jetzt wirklich auf die Friedhof, ich meine, die Scheriffs haben ja sicher auch keine Pferde, die kommen hier nicht rüber. Ja, die können sich ja eins beschlagnahmen, ja. Ohne Sicherheit, oder? Bis die da sind, zum Bus. Verdammt. Ich komme bald wieder. Ja, viel Erfolg. Merci. Ciao. Wir driver das jetzt. Michaellaus Dach Woah, Michael. Es庭 ist gut, boss. IchСke! Bis mal hinterqueren. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Sie waren wieder mal sehr dankbar. Ich habe mich auch besonders bemüht. Ich habe extra noch ein kleines Loch gegraben, damit ich etwas näher bei Ihnen bin, wenn ich mit Ihnen bete. Und es hat sich gelohnt. Und es hat sich gelohnt. Sehr schön. Ach ja, ich schreite noch einmal wieder rüber. Aber ich warte noch, bis es ist ein bisschen heller. Sonst habe ich wieder die Wölfe an die Arsten. Ja, die wissen was gut ist. Ja, französisches Fleisch ist lecker. Das mag sein, ja. Das mag ich auch nicht. Ja, ich habe es. Ja, ich habe es. Ja, ich habe es. Ja, ich habe es. aber sie spielen sehr schön ja ein bisschen geübt aber geht immer besser also ich finde es perfekt so können sie ein instrument spielen äh, no ich bringe jetzt besser und nicht dieselbe Spruch wie gestern hast du Flöte, oder wie? die Blasinstrument aber eben, da kommen andere Töne raus ja, ich kann mir vorstellen, dass sie das gut können gelernt ist gelernt, ne?